Hallo, 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 hier ist mal wieder fast Mitternacht. Ich mache meinen Nachtsport in meinem Trainingskeller, habe den ganzen Tag gearbeitet, gerade eben erst vor einer halben Stunde irgendwie aufgehört und habe so eine Birne, aber ist mir scheißegal. Ich muss noch ein bisschen Sport machen, damit ich mal runterkomme und auf andere Gedanken. Ja, nach dem Sport, ähm, nach dem Sport sage ich, nach dem Intro geht es schon los. Siehst du, ich bin total kirre in der Birne. Deswegen ist gut, dass ich jetzt was mache. Also, los geht's! Musik 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 Hindi Musik 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 Der geht nicht mehr, der geht nicht mehr. So, das war mein heutiges Workout, die Gewichte habe ich für die letzte Übung nicht gebraucht, aber ich habe sie dran gelassen, war zu faul, sie abzunehmen, das mache ich jetzt gleich. Mein heutiges Workout, wieder schön schweißtreibend gewesen, gut eine halbe Stunde gemacht, reicht aus für die Nacht und Mitternacht. Hätte ich vor einiger Zeit nicht nur selbst einen Vogel gezeigt, aber egal, heute tun es andere. Egal, ich sage Cheerio mit Sophie, bis zum nächsten Sportvlog, ich freue mich drauf. Gib mal Kommentare auf das Video, ob nur ich denke, ich hätte einen Vogel oder alle anderen auch. Egal, also bis dann, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.